Bayreuth, die wunderschöne und geschichtsreiche Stadt in Oberfranken. Einst eine markgräfliche Residenz und heute eine florierende Universitätsstadt. Weltberühmt ist Bayreuth auch als Wagnerstadt, werden jedoch jeden Sommer die Richard-Wagner-Festspiele ausgetragen. Parallel zu den Festspielen findet das Festival Junger Künstler statt. Ein mehrwöchiges Event, bei dem junge Musiker aus aller Welt zusammenkommen, um gemeinsam Werke zu proben und Konzerte zu geben. Seit vielen Jahren sind auch Studenten der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf mit dabei, um Konzertmitschnitte sowie Produktion in diesem einzigartigen Umfeld durchzuführen und in allen Bereichen der Tonproduktion neue Erfahrungen zu sammeln. Von der Mikrofonauswahl bis zur fertigen CD. Dieses Festival Junger Künstler und die Zusammenarbeit mit den Toningenieuren aus Düsseldorf, das ist ja eine langjährige Tradition, die schon seit Jahren und Jahrzehnten besteht. Also das Bayreuth-Projekt ist einfach insofern total interessant, weil da ja in sehr kurzer Zeit unglaublich viele Aufnahmen gemacht werden können. Also es passiert musikalisch sehr, sehr viel in unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, die Studierenden vom IMM haben wirklich sehr komprimiert die Möglichkeit, viele verschiedene Ensembles dort aufzunehmen. Und das ist natürlich eine Riesenchance. Vor der Abreise muss viel organisiert werden. In aller Regel übernehmen zwei Studenten den Posten der Projektleitung und tragen dafür Sorge, dass erstens ein funktionierendes Team zustande kommt, dass die Arbeit in der Wagnerstadt reibungslos abläuft und am Ende qualitative Aufnahmen präsentiert werden können. Dafür muss vorher einiges an Equipment beschafft, überprüft und anschließend 500 Kilometer nach Bayreuth transportiert werden. Untergebracht werden die Studenten des IMM zusammen mit den Festivalteilnehmern im wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium Bayreuth, das im Sommer in einer Herberge umfunktioniert wird. Hier findet die provisorische Tonregie samt Übertragungswagen Platz, hier leben und feiern die Studenten gemeinsam und natürlich dreht sich hier alles um die Musik. Proben in der Aula, kleine spontane Konzerte und überall Menschen mit Musikinstrumenten gehören zum Alltagsbild. Bayreuth, ein Fest der Kulturen. Allein 2014 waren 380 Teilnehmer aus 33 Nationen dabei und gaben im Verlaufe des Festivals über 80 Konzerte. Dazu kommen Produktionen, bei denen die Studenten des IMM tiefer in die musikalische Materie eintauchen können. Bei so vielen Möglichkeiten fällt die Entscheidung oft schwer, was man denn nun alles aufnehmen soll. In Bayreuth teilt die Projektleitung die Teams je nach Interessen und Qualifikationen ein, so dass jeder Teilnehmer einmal den Job des Toningenieurs, des Tonmeisters, des Tapeoperators oder des Saaltechnikers übernehmen kann. In Bayreuth kann man sich selber erstmal verwirklichen, man kann seine eigenen Ideen verfolgen, kann seine Aufnahmen planen, man arbeitet aber trotzdem die ganze Zeit im Team. Und da besonders ist natürlich auch, dass man in Locations Aufnahmen machen kann, an die man wahrscheinlich nicht sofort gedacht hätte, zum Beispiel an der Skaterhalle oder einer Porzellanfabrik. Genau, auf der anderen Seite kommt man aber auch in Locations, wie zum Beispiel das Kloster Speinshardt, das einfach zum einen wunderschön ist und zum anderen akustisch richtig toll klingt. Unsere Erwartungshaltung ist, dass unsere Teilnehmer aus den Orchestern, aus den Chören, aus den Masterclasses die Möglichkeit haben zu erfahren, was eine Produktion ist, wie sie funktioniert, welche Anforderungen sie stellt. Dass sie die Möglichkeit haben, eine Demokassette mit nach Hause zu nehmen. Für die Tonis, wie wir sie liebevoll nennen, hoffe ich, dass das Festival junger Künstler Bayreuth mit seinem breiten Angebot, mit seiner Varietät, der Gleichzeitigkeit, der Vielfalt dessen, was hier läuft, ein gutes Feld ist, Erfahrungen zu sammeln. Von Gesangssolisten, Opernstudio bis hin zu großem Orchester gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten auf kompaktem Raum. Und so denke ich, dass man schnell viel Erfahrungen sammeln kann. Ein sehr wichtiger Teil bei uns der Lernmöglichkeit ist, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben, interkulturelle Intelligenzen auszuweiten. Und das ist ein sehr reiches, aber auch sehr anspruchsvolles Feld. Und so denke ich mir, würde gegenseitig viel geboten werden. Das Projekt dieses Festivals junger Künstler ist natürlich ein sehr wichtiger Teil von der Arbeit. Das ist natürlich kein bezahlter Urlaub, sondern da passiert unglaublich viel. Da wird viel geschafft, viel gearbeitet. Das soll aber ein positiver Stress sein. Also es werden natürlich viele Aufnahmen gemacht. Man hat den ganzen Tag miteinander zu tun. Es wird aber auch gefeiert. Man hat auch Spaß miteinander. Und was ich mir wünsche von den Teilnehmern ist, dass sie einfach gegenüber ihren Kommilitonen, gegenüber den anderen Teilnehmern offen sind, dass sie Lust haben auf die Zusammenarbeit, auf das Zusammenleben in diesem Zeitraum. Das Besondere am Bayreuth-Projekt ist für mich, dass wir als Team in Bayreuth arbeiten und auch zusammen leben. Das schult ungemein und es ist auch relativ wichtig, dass wir eine gewisse Teamfähigkeit mitbringen. Daneben sind natürlich auch die ganzen technischen und musikalischen Qualifikationen wichtig und vor allem auch die Offenheit gegenüber anderen Kulturen. Also, wir fangen gerade mit der Mischung des heute aufgenommenen Konzertes an. Es ist gerade 3.25 Uhr. 2.30 Uhr. Das geht noch. Da ist noch Potenzial auf jeden Fall. Wir haben noch 2 Stunden und eine halbe, um es fertig zu machen. Für das ganze Konzert. Morgen wird es verkauft. Es wird eine lange Nacht. Die Projektleitung sollte in erster Hinsicht stressresistent sein, vor allem auch mit wenig Schlaf auskommen. Sollte das Team, was vor Ort ist, stets bei Laune halten und motivieren. Sollte aber auch darauf achten, dass die ganzen Aufnahmen unter qualitativen Aspekten durchgeführt werden. Das Festival Junger Künstler Bayreuth ist ein einzigartiges Projekt und insbesondere für die IMM-Studenten eine absolute Chance. Jeder Teilnehmer verlässt Bayreuth mit zahlreichen neuen Freunden und Kontakten, einem riesigen Erfahrungsschatz und dem Gefühl, einiges geschafft zu haben. Wer sich für Musikaufnahmen interessiert und Lust auf die anspruchsvolle Arbeit mit den unterschiedlichsten Kulturen hat, für den gibt es keinen besseren Ort als Bayreuth. Wir dauern in Brönig, wir dauern in Brödi. Wir dauern in Brödi. Wir dauern in Brödi. Rödi, we dauern in Brödi. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020